so einen wunderschönen guten abend liebe menschen ich hoffe ich bin jetzt live wir spielen jetzt noch ein wenig monster und wird eisborne und danach wenn wir ein bisschen aber was spielen ich schaue gerade ob wir noch was von der befristeten beutezug haben ansonsten würde ich sagen wir machen einfach denke ich hätte einen cenogra bis zum umfallen weil wir daraus juwelen fahren können ähm naja ist da sonst noch was nein das trifft sich sehr gut müssen wir irgendwas anfangen wir müssen die cenogras anfangen das ist gut naja dann machen wir das mal würde ich sagen oder haben wir vogelwelen auch noch ne haben wir nicht okay gut naja das ist sehr gut nur rasteln wir wollen ok große monster plus geirrtet aber das ist ja alles mein was wir da machen ja da benutzen wir jetzt keinen gutschein weil wir das eh zu fit machen werden wenn jemand bock hat und dann nimmt er das scheiß auf angriffsboost verteidigung ist wichtiger ich muss gerade wirklich gestehen dass ich ein bisschen müde bin aber ich hoffe das legt sich im stream dann wieder ich bin heute irgendwie so vor drei stunden glaube ich nach hause gekommen ne mal halb vier jetzt haben wir halb sieben ja vor drei stunden da habe ich erstmal gemütlich gegessen und nebenbei sort of online geschaut zweite staffel bin ich gerade und Rainbow fighters z update wurde entzündet ok ich muss sagen anfangs fand ich den anime eigentlich ziemlich ok da habe ich nur die erste staffel gesehen das war das war vor sieben jahren wow oder ja ich glaube vor sieben jahren oder vor sieben vor sieben oder sechs jahren i don't know vor sieben jahren habe ich richtig angefangen animes zu schauen und da habe ich dann glaube ich irgendwo ziemlich am anfang die erste staffel sei dann angeschaut fand ich ja nicht ziemlich ok aber das hat mich jetzt nicht wirklich so krass bewegt und jetzt habe ich die erste staffel nochmal nachgeschaut und bin jetzt bei der zweiten und muss sagen ja dass das ist schon gut ja ich kann schon verstehen warum es zu viele ekip die das geil finden dann auch nicht mehr und das suchte ich gerade oh man ernsthaft hallo ich bin noch nicht richtig drin oh man geht er richtig auf mir los gerade mir klappt das war kein guter einstieg naja jetzt kommen wir irgendwie nicht mehr am kopf voran hat jetzt gedauert wieder vor 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 nach Ich bin echt nicht mit drin in diesem Spiel. Oh lord. Bist du müde oder was? Oh man. Oh, wird das jetzt auch übersetzen oder was? Wenn man das Ausruf nicht bearbeitet, wird das automatisch übersetzt. Sehe ich das richtig? Oh da habe ich ein paar Jahre ausgetaucht. Hör auf zu schrauen. Oh da kommen die nächsten. Oh. Oh. Ernsthaft? Ernsthaft? Dann legt euch beide nieder. Ja. Kommt etwas zu spät, aber ja. Dass ich das sage. Aber ich bin heute etwas langsam. Oh. 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 Okay. Oh. Oh. ja so klar ohne trotzmann geht das überhaupt nicht und was ist mit den leuten los warum sind wir noch zu zweit jetzt zu dritt das klingt das immer ganz schnell das hat noch funktioniert schön Was ist das? 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 Okay Oh, okay Ah, wir haben... Was ist das? 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 Oh... Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh man... Oh, sehr schön... Das würde ich gerade machen... Die Zeckenhilfe... Interessant... Was ist das? 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 Das ist das? Was ist das? gerade empfängt wir waren von anfang an noch keine vier leute natürlich zieht sich das dann ein wenig ich sehe schon oh komm jetzt ist er am Arsch ok Sollte Ist er so um oder? Oh, um Falsche Richtung Wow Na komm, spring rein Och ne, der macht die Schockfalle jetzt kaputt Ah, Mann Zum Glück Ey, der hätte mich jetzt echt noch getötet So Ähm, naja, egal Gesen kann ich jetzt nicht mehr machen Und ich muss das Spiel wieder eingeben 15 Minuten hat das jetzt getötet Ja, schon etwas länger Und wir haben nur vier Wien bekommen Oha Wenig, aber ja Mal schauen, was wir bekommen haben Ne, ich muss angreifst schnell essen Okay Naja Bissere Ich bin Steuerschützer Wow Sind wir alle irgendwie geworden Bis auf, äh, Insektenleve-Typ Der ist nur Lebensretter Und ich habe da drei Monster gefunden Wie es aussieht Interessant Ach ja Ich habe mich heute bei der Arbeit Irgendwo dagegen gestoßen Und das tut immer noch weh Am Arm Deshalb, ähm, ja Könnte es durchaus sein Dass ich mich auch mal, äh, leicht, äh Vor, ähm Schmerzen stöhne oder so Ne, so schlimm ist es nicht Aber es tut immer noch weh Ich kann es wegstecken, aber Ist unangenehm, wenn ich da drankomme Oder mich irgendwo anlehne An der Stelle Schmerzen stöhne Auch Liberal Was hast du für mich? Gut, okay, für ein Stahleier, okay. Jetzt haben wir ja eine Sache abgeschossen. Ah ja, zwei Säure. Ah ja, zwei Säureier, okay. Ah ja, zwei Säureier, okay. Ah ja, zwei Säureier, okay. Moment, schauen wir noch bei ihm vorbei. Das vergisst du mir sonst immer. Und sind das Schreikopsel? Tatsache elf Stück, nice. Man sieht, ob wir besser abschneiden jetzt. Da haben wir am Anfang ziemlich verkorkt irgendwie. Und es hat gedauert, bis wir volles Team waren. Also da hat sich das dann doch ein bisschen in die Länge gezogen. Ah, ich bin da aufs Deck. So, mal schauen, ob wir wieder per Zenoga landen werden oder nicht. Oh, nein, diesmal nicht, okay. Gut. Dann auf zum Monster, vielleicht geht das jetzt schneller. Ja, wir haben schon mal einen. Also wir haben sogar zwei KP. Okay. Na ja, so soll es laufen. Mit dem, äh, mit dem Klammerklauer. Oh, wo hat der dann, han? Ja, lol. Da sind wir auf der Kopf gelandet. Oh, hat der jetzt schon wieder genug? Und verlässt ihm. Sehr schön. Wow. Wirklich so knapp. Wie war's der Fall. Not bad. Wie war's der Fall? Nicht schlecht. casting. Und jetzt weiß ich nicht mehr. I war das. Ich versuche. Ich versuche. Es ist schlecht. ey was ist das jetzt da hat jemand fliehende sichere heute verreck ich ja nur noch heute ist überhaupt nicht mein tag wie es aussieht heute kann ich nicht monster jagen ja 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 Das war schön Ich freu mich dich kennenzulernen, aber sie sind nett Das sind richtig netter Jäger Okay, ich mach auch mal wieder was Falsches Monster Ups Okay, hat sogar noch funktioniert Und die Jäger stehen mir da ziemlich im Weg rum Beide, äh, an der selben Stelle angegriffen Beide gemisst Und die Jäger stehen mir da Scheiße, zuhörig, naja, egal Oh, hab ich dich jetzt wütend gemacht Vielleicht hat der mit Nee, der ignoriert mich einfach, oder? Hey, der geht einfach an mir vorbei Okay Oh, schön Das hat funktioniert Oh, schön Oh, schön Oh, schön Oh, schön Oh, schön Oh, schön Oh, das war ein Bauer sehr schön genau das wird sich fein mit folgern schein abmacher aber da ist mir 10 oder zu schnell abgehauen 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 das war das wort was ich nutzen wollte das ist mein baum hallo hallo Aber am Schwanz wollte ich jetzt nicht hin, aber egal. Ich hab meinen Trutzmann da noch. Ah, der ist wieder wütend. Pfff, ist auch ein bisschen. Hm. Ouch. Oh nein. Boah, wie der Mega-Tracker. Komm nichts von schön schwarz weg, ey. Willst du mich verarschen? Das ist der arme F***er, Angenot. Was? Wo macht denn das Vieh jetzt wieder ab? Kommt das nachher? Ich glaube, es macht möglich. Was? 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 bevor sich die Sache widerspachert das Menü wieder jetzt ist mein controller runtergefahren wenn ich nur was nachschauen wollte ok 5 Juwelen haben wir bekommen cool jetzt fast 13 Minuten gebraucht das ging schon mal schnell mit dem zimmer ja das sieht man auch noch mal meine folge ich dir aufgestellt habe und daneben stehe kritischer boost nice das ist richtig gut mykologie und kritischer blick ja gut schnelle schärfe angriffs boost nice ausreichend ist dann sind kritische blick okay das waren schon mal bis das sind schon mal bessere Juwelen ich bin zweimal geritten und ich habe fünf mal die monster gegen die Wand geschleudert oder gegen dies da bin ich mir sicher okay die beiden haben das benutzt gehielt so wie es aussieht nice toll wieso bin ich jetzt schon wieder so müde ich verstehe das nicht bevor ich den streamer anschließt geschossen habe war ich doch noch munter und fit eigentlich ja mal schauen wie lange wir das machen so schön gestreichelt dann tragen wir irgendwo hin damit er uns was ausgräbt ja wie gesagt ich bin irgendwie ziemlich müde oh ja gibst mir honig und stade ja cool ohne geht es immer gut so und jetzt würde ich meine belohnung für alle befristeten beutezüge das haben wir was das haben wir auch aber ach komm leitlande okay das habe ich jetzt etwas missverstanden ja gut dann müssen wir leitlande machen mal schauen zweimal noch ja zweimal das noch machen und dann können wir leitlande machen zu zwei gehertete jetzt in august noch für juwelen in die heute nicht mal schauen ich glaube aber nach der quest müssen wir eine kurze pause wieder machen ich muss irgendwie schauen dass ich munter werde also nicht was mit mir los ist aber irgendwie bin ich gerade richtig müde so haben wir alles gemacht ist unser schnuss war ja nicht zurück muss ich schauen ob wir einen der leute wieder finden ja danach werden wir noch einmal die quest machen und dann kommt leitlande aber wie gesagt mache ich dazwischen eine kurze pause wieder noch fast eine stunde naja gut nach der quest haben wir eine stunde gestreamt schon wieder und ich lande dir beim förderplatz nice mal schauen ob wir jetzt wieder einmal verrecken werden oder nicht ich glaube das wäre nicht so gut für die questbelohnungen ich weiß nicht schauen wir dass wir diesmal nicht stimmen so gut ja 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 ich bin jetzt daran vorbeigelaufen es sind aber jetzt nur zwei leute die hier reinkommen ich bin jetzt ich glaube nicht das ist die selbe sind ach komm der ist da reingegangen ist da ja 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 ne ja es sein ja Danke, dass du da aufmachst. Ups. Nein, ich hab verfehlt. Nein, ich hab verfehlt. Ja, gut. Am besten Mantel anziehen. Oh, wir sind schon vier Leute. Ich dachte, einer wäre von der Quest zurückgezogen. Und ich ratte wieder. Ah, scheiße. Bin runtergefahren. Ah, komm. Warum passiert mir das jetzt schnell nicht? Das war etwas zu viel. Also geht's. Ja, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. wieder überhaupt nicht getroffen wo ich den trittsmattel plus habe über eine quest dann musst du mit der ausrüstungsverkäuferin aus der leanderin die gibt ihr da immer quest zu den längern falsche richtung also Oh nein, die Rühne ist gestorben. Schade, diesmal bin ich nicht derjenige, der unmächtig wurde, oder ich sterbe noch. Oh nein. Ich bin auch nochmal verrückt, wow, weil ich mich nicht bewegen konnte. Ach komm, wenn wir das jetzt noch verkacken. Warum lande ich genau hier? Ja, ich brauch dann definitiv ne Pause, wow. Ich spiele da hier nicht mehr eine Stunde nach Monster Hunter und verkackt nur noch. Ich kann was so schnell ich kann. Oh wow. Oha. Ja, hab ich ihnen jetzt was geboren. Oh no. Oh no. Oh. Oh wow, wo lauf ich wieder hin? Ich bin so verpeilt gerade. Ah, wahrscheinlich muss ich da erst einen Eisschutzmantel davor erhöhen, damit die dann mit mir redet. Wahrscheinlich, ja. Oh man ey, ich bin so verpeilt gerade. Die verlieren da echt keine Zeit. Würde ich dann auch nochmal äh richtig spielen, dann äh könnten wir das noch gar in 10 Minuten schaffen. Aber die, äh, stank ich schon längst um. Oh sehr schon. Oh wow, da ist ja schon. Der ist echt schon fast am sterben. Äh. Ja, da waren die richtig gut. Wo läufst du denn hin, mein... Wo bist du, Freund? Ähm. Fällt mir gerade ein. Vielleicht bekommst du die Quest, da hast du schon äh, die Story Quest mit den geerteten Monster. Sehr schön. Dass die alle brav einfangen. So, jetzt aber. Wurstfront. Muss ich mal schauen. Welchen Meisterung hast du denn? Vielleicht schaltest du dir erst frei, wenn du äh... die Meisterung 50 bist oder so, weil äh... für Trutzmantel Plus äh, muss da ein gehärteter... schwarzes Diablos. Schwarz ist Diablos. Äh, ja. Und auch nur vier erwähnen, weil wir zweimal verrückt sind. Weil wir zweimal verrückt sind, ja genau. Weil wir so oft sterben bekommen wir so wenige erwähnen. Oder ich halt. Weil ich einmal verrückt bin. Blocken. Hungerwiderstand. Giftangriff. Höchstmacht und... Höchstmacht und... Unverwandbarkeit. Toll. Ja. Ja. Pfff. 2800 ist nicht gerade viel. Weil wir zweimal gestorben sind. Ah, ja. Irina ist kluge Kämpfer geworden. Okay. Ich hab hier wirklich gar nichts gemacht. Wow. Das war ne, äh... Das war die schlechteste Leistung, die ich vollgebracht habe. Bin auf 52. Ich schau jetzt mal kurz. Welchen Meisterin du da brauchst. Aber wahrscheinlich musst du erst die anderen Mädchen verbessern. Okay. Ja. Wow. Ja. Okay. Gut, es hat fertig geladen, ist schön Heben wir erstmal einen Pugel hoch und Bring es Irgendwohin Damit es uns was ausgräbt Ah Dicke Knochenstrahl Ne, da wird es nicht sein, äh, vier Sterne glaube ich Meister Rang 17, also, äh, das könntest du Schon in der Story eigentlich abschließen Okay Das ist das Durchdringendes Schwarz Das ist die Kürst Ich drehe noch durch beim Gedanken daran, wie ich deine Spezialwerkzeuge verbessern kann Besorgst du mir die Materialien, äh, wird dich keinmal zum herumschubsen Ja Aber dann schauen wir dich trotzdem fressen So Ich hab ja gesagt, wir machen das jetzt nochmal Damit ich mein Beutezug abgeschossen habe Und danach leider noch Und danach gehört er dafür Ich müsste das jetzt eigentlich suchen, aber, äh, äh Ich hab das noch knapp irgendwie Solo geschafft Mit dem, äh, geherdeten, äh, schwarzen Diablos Ich glaube, ich bin da in den ersten 10 oder 15 Minuten zweimal verreckt Instant Und dann, äh, habe ich es irgendwie nach 35 Minuten geschafft, das Vieh einzufangen Wo ich danach einfach nur noch, äh, blöd rumgerannt bin, ausgewichen, äh, die meiste Zeit ausgewichen, geblockt habe Und, äh, das irgendwie hinbekommen habe Keine Ahnung Hat sich aber dann gezogen Okay, nächste Quest Ja gut Ich werde mich jetzt einfach hinsetzen und so tun, als wäre das nie passiert Was wir, äh, in den letzten drei Quests gemacht haben So im Schnee Nee, ich brauche eine Pause jetzt ganz kurz Ja, wenn du dir das zutraust Hast du jetzt die Quest Ich bin mal kurz weg Und dass die Sitzungsidee da mal, äh, offen stehen für, äh, neue Leute, die vielleicht mal bekommen, reinzuschauen und, ähm, in meine Erkippe reinzukommen Ja Aber ich brauche jetzt eine kurze Pause, bis gleich Jetzt Ich bin gleich Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Kim Chi benutzt in Tekken-Genefe, okay Oh, das schriftet Junge, Junge Der liegt auch mal Und da wird der Kopf verfüllt So, jetzt aber Sehr schön Hallo, ich seh nichts mehr Ich seh nur noch Carmel Oh, das ist gut 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 Und was ist denn die Falle jetzt eigentlich? Oh nö der Wilden Wenn ich diese Falle jetzt nicht Das war's. Was ist das am Arsch? Oh, die hat da die Falle gelegt, das ist super. Äh. So. Äh, jetzt konnte ich nicht mehr nachstromen, egal. Jetzt haben wir es, glaube ich, hinbekommen ohne zu sterben, das war gut. Aber, äh, kam mir war generell verdammt gut. Der hat uns doch richtig... ...den Arsch gerettet. Und wir bekommen wieder noch vier Öl, okay, keine Ahnung. Heute bekommen wir ja nicht so viele Juwelen. Dachte ich fast, schade. Aber gut, wie es aussieht, oder? Ausdauer, die Unverwundbarkeit, Feuerangriff, Donnerangriff, wow. Teil der Zerstörung, Werkzeugsspezialist, das ist gut. Nice. Äh, okay, keiner ist verreckt, das ist gut. Kluger Kämpfer. Oh, ich habe einmal öfters gemacht als Kamui. Was bin ich denn noch? Schleuderschütze 30 Mal. Okay. Oh, der eine hat... ...längere... ...benutzt. Seine Spezialwerkzeuge. Okay. Damit wird das jetzt so weit abgeschossen. Dann machen wir jetzt noch zum Abschluss Sleitrande. Ja, ja. Da müssen wir noch zerreißeln, wie wir machen. Mal schauen, ob welche herumlaufen. Oder haben wir wieder unser Puggy? Nice. Safari ist zurück, wie schön. Ja, komm. Ja, der Lied jetzt. Okay. Können wir jetzt erst mal zum Safari. Daemon war dabei, okay. Zwei KV-Hiner, wie schön. Tinkies Luftwaffe. Äh, okay. Wer ist das immer? Wer auch immer das ist. Oder haben wir Arena mit... ACS 7. Okay. Black Carriage. Ja, nehmen wir das. Da haben wir sogar... ...auf allen drei Runden KVs. Wer keine einzige. Bei den Liedlanden auch nicht. Okay. Das wäre gut. Ich denke, das hier. Ja. Reden wir nochmal mit ihr. Und weiterer fünf schwereres Kuchen bekommen. Nice. Große Monster, ja. Nehmen wir mal. Oh, sechs Stück. Für acht harte Rüskuchen. Coole Sache. Was haben wir da? Vogelwürfen fangen. Zwei Stück. Für drei harte Rüskuchen. Dann flog. Auch gut. Eißen wir noch schnell was. Bevor wir aufbrechen. Dann würde ich nochmal kurz was schauen. Ups. Zinoke. Wow. Üpassend. Weil wir das eh schon... ...auf genug gemacht haben. Jetzt. Mit dem Keter. Ich wollte aber jetzt noch was schauen. Ähm. Ja. Das sieht irgendwie... ...bescheid aus. Das könnte irgendwie noch passen. Das ist auch wieder nicht. Ne. Das sieht irgendwie alles ziemlich scheiße aus gerade. Okay. Das sieht strange aus. Das soll die Armschiene sein. Okay. Das ist irgendwie fast da gar nichts. Oh. Ja. Vielleicht mit einer anderen Farbe. Okay. Hä? Ach da. Knorre. naja jetzt bin ich schon wieder da angekommen leder ach wo komme ich da steine kann ok ok könnte vielleicht noch passen schon wenn es das an okay das sieht doch etwas bescheid aus oder das würde passen naja lassen wir es oh ne moment das würde ich jetzt nicht lassen wir es dabei das sieht so schon cool aus ok dann berechnen wir auf ok und schauen ob wieder zwei bereits dann übernähern können ich weiß gar nicht wo sich zinogra erfüllt aber es dürfte glaube ich ein baldbeam sein so scheint ja heute wirklich nicht viel los zu sein es ist dienstag da kann ich es verstehen morgen werde ich dann wieder final fantasy weiterspielen ich dann am dann aus der frage habe und dann passt es eigentlich da kann ich ja damals so lange machen wie ich möchte so wenn ich nicht zu müde bin ja das lied lange aber so ist es nun mal bei den landen wenn man aufbricht ach man wenn wir jetzt doch noch 23 minuten warten müssen schaffe ich aber wir haben endlich die leidland erreicht wie schön ok sogar gehörte wird passend und ist ein wald bürger gut und haben wir beim bau gehört ach komm Geherdete Schocker, okay, dann haben wir schon mal Eine Ladern gemacht, dann geherdete Autschie, Autsch Muss ich das wieder umstellen, naja WTF Ich kette dich, als irgendwo bist du Wow, jetzt dachte ich schon, der wäre da irgendwie ausgeboren Hätte sich irgendwie rausgeklutscht oder so Autsch Den gärtlichen Singer habe ich aber schon noch, oder? Das aktiviert sich gerade nur irgendwie nicht Was ist das? Was ist das? Mist Oh, wir reiten Das ist gut Oh, nein, oh nein, oh nein Ich bin runtergefahren Das ist gut 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 Okay Jetzt schaue ich mal nach Zu für zwei Merke ich 30% Hat sich kein einziges Mal aktiviert Das ist gut Das ist gut Das ist gut No, oder? No, oder? Wow Wow Natürlich Ich geh das ernst zu unternehmen Ich geh das ernst zu unternehmen Ja, lol Nichts da Bist du schön geradeaus gelaufen Oh Da ist der Vogel schon wieder Gut, weißt du das Oh nein, wir sind vergiftet Das ist gut Oh Ah Oh Ah 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 Oh Ah Jünger hat der arme Zenogra Naja toll Vielleicht hat der wieder voll und ganz Meine Ausdauer ist am Arsch, warum auch immer Nein Das war knapp In welche Richtung läuft die ja dann, oh man In welche Richtung läuft die ja dann, oh man Geh auf meine Katze Ja klar Zweimal verreckt ey Heute ist überhaupt nicht mein Tag So eine Scheiße Egal Ich mach dann auch nur noch eine Reißen Wir wollen und dann höre ich wieder auf mit Monster Hunter Weil das läuft heute überhaupt nicht mehr Not my day Hey Da hab ich ja nur was gebaut Oh 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 Geist Ader Stahl Wow Wow Und da ist der Vogel weg Wo ist Zenogra jetzt? Da unten Oh 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 doch nicht Hä? Was sind der jetzt? Der ist ganz unten Todogama, ah, gut, sehr gut, da haben wir den nächsten Rest, dann wir wollen. Ja, gut, sehr gut. Ja, genau, eins sind wütend. Oh, das war gut. Okay, it's dinner, gut. Oh, das war gut. Oh, das war gut. Was hat mich da jetzt angegriffen? Oh, das war gut. 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 Oh. Oh, das war gut. 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 was mir das auch immer bringen mag wenn ich kuschala ja möchte dann schon eine weh bekommen war okay was ist das erschütterungswiderstand okay wo kam wieder gesunken krass so ein moment ich brauche kalgetränke so da ist es hallo mal früher so lief ja richtig geil gerade natürlich erreicht es nicht die wand so fett wie das vieh ist so so man sieht schon was war das jetzt ach so es ist wütend es ist jetzt plötzlich wütend geworden Mhm, okay. Und wir reiten, ist sehr schön. Das wird einfach. Da werden auch explodieren. Schwerer Kiefer. Natürlich, das musst du jetzt unbedingt missen. Ja. was man das sieht so scheiße aus ich war mir eigentlich ziemlich sicher dass ich von der richtigen position angrafen und die richtige richtung aber nein aber es ist das schon am ende es wird mehr probleme gemacht als es sollte okay wir haben das jetzt abgeschossen zum glück jetzt werde ein geerdeter barjot da haben versengen der willknochen was neues ok kristall drachen ist der knochens team und forscherungspunkte weiß wenn da noch was spuren eines revierkampfes ok da sind sie hat ich will wieder zurück wir haben unser ziel für heute erreicht oh da haben wir jetzt schwere kiefer bekommen vier stück und drei harte rüskungen was wo kann wir knochen gut naja da geht es immer etwas runter jetzt haben wir bekommen wir wieder auf stufe 2 krass und können verschwinden ja das war's für mir habe ich keine energie und keine skills jetzt haben wir 14 noch mal schauen ja ich glaube so spätestens in einer halben stunde werde ich wieder live gehen und jetzt bin ich da etwas mehr geskillte momentan oder spiele genauso scheiße wie jetzt immer uns unter wird mal schauen auf jeden fall soll da jetzt ein event stattfinden und das will ich mehr anziehen jubiläumsevent und schon und monster hunter wird womöglich erst am freitag oder samstag wieder weiter gehen ja jetzt reden wir noch mal mit der dame damit wir unsere belautung bekommen dann schauen wir ob wir noch was machen können zwei königs russ kunden das ist richtig nass und das endbelohnung eine himmlische wie werner druck mehr haben wir auch nicht gemacht wird noch nicht zurück sind wenn man mit ihm noch mal ja ich glaube da hinten wir mal wieder und dann auch bevor wir das wieder vergessen so ja ursprünglich habe ich eh nur geplant zwei stunden monster zu machen das passt jetzt sehr gut wir haben alles erreicht was ich vor hatte und zu mehr sind wir irgendwie gerade nicht gekommen aber ich hoffe dass ich dann bei overwatch wieder etwas aufgeweckter bin weil ich gerade ziemlich am arsch bin gefühlt keine ahnung warum ich so plötzlich müde wurde als ich den stream angefangen habe aber ich hoffe also wenn wir in overwatch sind geht das mir besser ähm ich weiß nicht wie lange ich das machen würde aber ich schätze auch so zwei stunden das würde sich wirklich gut ausgehen ja dann bis später oder bis zum nächsten stream dann halt dann noch einen schönen abend wenn wir uns nicht mehr sehen dann bis zum nächsten stream bis zum nächsten komm